So, ich habe den Start verkackt. Ich habe vergessen, ihn aufzunehmen. So, ist aber nicht viel passiert. Das sind ja die erste Suche. Und nichts ist passiert. Heute total unerreicht. Richtig, wir können die Aufnahme direkt beenden. Tschüss. Naja, hier heute wieder bei unprofessionellhd.tv. Genau wie meine Rocket League Fabriks, wie man es nicht machen sollte. Mal gucken, ob ich die beide weiter mit Shooter. Abseits. Mami. Nichts Abseits, der ist dran. Der Typ hat noch nicht seine Palme gewedelt. Also war es kein Herz. Auch wenn die den Hand gehen. So, siebte Minute. Erstes Tor. Götze rennt den Ball schon wieder hinterher wie so ein verrückter. Ehhhhhhhhh. Ehhhhhhh. Anderes lernt man ja nicht in Bayern. Doch, Scheiße sein. Oh, ich hätte so gerne getrollt. Danke. Boah, Alter. Zweimal Rollis und dann das dicke Pfund. Wie schnell der sich zur Seite spielst du nicht? Ja, läuft. Und Abstoß. Zweimal das dicke Pfund. Ich hab heute auch für 5 Limo Flaschen und wieder auf alles knallt gegen einen Gegner. Gleich ist der Typ alleine durch den Flüssen verletzt. Verletzt, Alter. Was hast du mit 5 Limo Flaschen? Ich hab heute 5 Limo Flaschen gekauft für 34 Cent. Na, wer ist da vorne? Ich wollte grad sagen, hä? Dankeschön für die Ball. Mario Götze. Ne, was soll ich denn sagen? Das sah aus wie Götze. Sorry. Klop vor den Kopf. Brennfriere. Und Raphael. Verkackt ist natürlich wieder. Mann, kann man denn noch härter rein scheißen als Raphael? Ja, du. Da ist grad zwei. Hallo, Witzel. Hallo, 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 mimi, mimi. So, wunsch. Die müssen ja schon knallhart geschissen sein. Wenn der nur abprallt. Ja. Oh, fuck. Nein. Du bist ... Nein. 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 Da sind Fehler kommen. Und ich lau vorbei. Nein. Zehn Bänder. Das werden wir ein bisschen härter. Ich schaue einfach nur richtig schlechter. Nein. Entschuldig. die 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 schon gehen wir den zurück ja nette so vorhin vielen Dank das wird aber fies ich hole meinen Ball wieder hallo ich hole meinen Ball wieder ok so machen hallo der hat mich gefoult ha ha finde ich gut zeig schon die ersten gelben ups so jetzt hab ich meinen Ball wieder hallo jetzt nicht mehr hallo Polizei die haben mir den Ball geklaut danke das wird jemand jetzt mit der Polizei drohen ich glaub so was hol wenn ich den Ball kriege aber dann ist der Kerl wieder verletzt der da durchprescht Hand wo war das denn Hand ich hab auch keine Hand gesehen die Entfernung ist krass die ist cooler Mann so knapp so knapp ne natürlich wieder das ahlo ey er wohl bester Feind momentan so knapp ne ja und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite ja und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite und im so und und die die Keine Ecke, Alter. Die Minute überzogen. Jetzt. Mich? Zwei Minuten überzogen. Nett. Was trägst du da? Und dickes Fuß. Abgefälscht, die erste Ecke. Das freut sie auch noch. Der Kerl, der freut sich gerade noch. Und ich denke, du bist ein Idiot. Ich denke, du bist ein Idiot. Ich denke, du bist ein Idiot. Das ist ein Idiot. Ich denke, du bist ein Idiot. Ja. Oh, schön hart ist. Oh, die Miete! Ja. Ich habe es gesehen, wie er sie anstrengen musste. Na, kommst du ja mit so einem Angst. Was ist denn, die Geräte schon kam mir sehr so richtig so fast gesperrt? Algorithmus wird mir antworten, kommen sie nachher mit zum Ort, oder nicht. Ja, nein. Wie immer. Und zwar. Wo musst du da hin? Das stimmt. 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 Ich kann doch dann Rolf gut. Ich glaube, wir sind hier unten. Ja. Oh mein Gott. Können wir da sein? Denken wir uns nicht mehr? Ah! Tommy, da war er noch nicht. Der hätte mir auch springen müssen. Wie war das? Das ist ja egal. Und jetzt dickes Ohr. Das war nicht voll. Du warst zu einsam. Na ja. Adolf. Jetzt hab ich das doch dieses Lied. Bitte jetzt nicht den Let's Play anmachen. Wir haben kurz Let's Play nämlich wieder gesperrt. Miii Mii Miii. Ja toll. Wir sind sämtliche Videos wo wir uns lassen. Die sich bei dir angemerksam sind. Die sind direkt gesperrt worden. Die sind direkt gesperrt worden. Das ist die ganze Zeit. Ich habe mich gefragt, wieso? Du hörst es teilweise nicht mal. Wieso? Man hört es nicht mal. Wieso? Man hört es fast gar nicht. Ganz leicht. Wenn man wirklich übertrieben krass hinhört. Dann hört man das. Und was kriege ich als Antwort? Ja, die reine Erwähnung dabei, dass sie es anmachen und dass es dann nicht läuft. Reicht schon. Ja, übertreibs. Übertreibs. Übertreibs einfach. Passt drauf. Übertreibs. Jetzt guck's dir mal bitte an. Ach, ach, ach. Guck mal. Wie eng. Zack. So, mal eben wechseln hier. Oh Gott ist das nicht. Schon zu ihrem Arsch. Ja. Hau die die da rein. Ja, hab ich jetzt auch vor. Mhm. Wie die Mann auf meinem Haut kaputt. Der Rest ist, der ist, oben end. Spätestens jetzt wird das für eine ziemlich klare Angelegenheit. 3 zu 0. Ich meine dafür, dass jetzt unser erster Screen auf Hitbox nicht als großbesuch war, ja klar, direkt gelb ging hin, passt wohl. Muss ich sagen, war doch ziemlich erfolgreich. Wir hatten noch ein paar Public dabei, abgesehen von dem Max jetzt. Mit dem Kerl, der geht da los, ey. Jetzt lasse ich den aber springen. Hammermäßig, ja. Und sie verlagern das Spiel auf die andere Seite. Pfff. Was hast du denn nun? Du erholst dich. Ja komm, wir brauchen noch nie ernst zu spielen. So, das sind unsere Arme und Schäfte. Relativ. Für die Kiliere. Und sie hat einen. Ja, wir brauchen noch nie. Die Kiliere. Wir brauchen noch nie. Die Kiliere. Die Kiliere. Die Kiliere. Die Kiliere. Die Kiliere. Die Kiliere. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.